Wir wollten ja in den Ferien nach Italien und ich habe jetzt auch ein bisschen nachgedacht. Hoffentlich fällt es nicht ins Wasser wegen den Klausuren. Leute, ich bin gerade ein bisschen angepieselt. Ihr wisst ja, ich habe eine geile Schule und ich liebe meine Schule. Aber gerade finde ich die nicht so geil. Erst wurde ich ins Internat geschickt und jetzt muss ich in den Ferien und am Wochenende meine Klausuren schreiben. Ihr chillt und habt Ferien und ich lerne von meinen Klassenarbeiten. Wir haben immer zweimal im Halbjahr unsere Klausurenphasen, wo wir dann in unseren Hauptfächern Arbeiten schreiben müssen. Und das sind immer an einem anderen Standort der Schule. Diesmal waren wir an Internatsplätze belegt, deswegen gehe ich jetzt mit meiner Mann in eine Ferienwohnung. Ihr wisst ja, meine Schule ist so ein bisschen anders. Ist richtig kompliziert, deswegen werde ich jetzt auch nicht alles erklären und es ist ziemlich privat, deswegen parte ich das für mich. Wir schreiben auch übrigens noch ganz normale Tests, so in den Nebenfächern und das dann auch ganz oft im Halbjahr. Ich finde es halt nur voll doof, dass jetzt die Klausurenphasen in den Ferien ist. Aber whatever. Ich will probieren, mit meinen Outfits so ein 90s-Vibe zu erstellen. Letztens bin ich obsessed mit 90s. Ich habe nämlich angefangen, Friends wieder zu schauen. Mein Gott, ich habe die Serie für 10 Mal geschaut. Ist wirklich die beste Serie ever. Mein Ziel ist es einfach so auszusehen wie Courtney Cox und Jennifer Aniston aus den 90s. Ein von den Outfits, die ich anziehen will, ist so ein weißer Pulli. Und dann noch so ein Denim-Skirt. Der Pulli ist übrigens von Sarah. Und dieser Rock ist von Motor Rock. Und dann noch so eine Lederjacke. Keine Ahnung, wo die her ist. Ich habe die mal getriftet in Antwerpen. Die ist so cute. Ich hatte die gar nicht so oft an. Ich habe so viele Lederjacken. Ich müsste die mal öfters anziehen. Die ist einfach so cute. Okay, ich habe jetzt off-camera fertig gepackt. Ich werde jetzt noch ein bisschen lernen. Ich habe diese Woche so viel gelernt. Und auch richtig viel meiner Freundin Sophia. Schade dann Sophia. Also werden wir das jetzt noch ein bisschen machen. Der Koffer ist jetzt gepackt. Und das will wenigstens eine schöne Sache in den Ferien erleben. Gehen wir nur mal kurz in die Stadt. Los geht's. Vor wir losgehen, habe ich noch eine Challenge vor. Ich schaffe es in drei Sekunden, meinen Kanal zu abonnieren. Und das Video zu liken. Eins, zwei, drei. Wer nicht geschafft hat, schreibt Klausuren in die Kommis. Und jetzt gehe ich los. Wir gingen dann in die Stadt. Nicht um was zu kaufen, einfach nur für den Wald. Als erstes waren wir in Douglas. Und ich habe nach einem Ooster geschminkt geschaut. Dann hatte ich Hunger und wir haben was gegessen. Bekommt ihr beim Shoppen auch immer so Hunger? Dann waren wir noch in H&M und noch in einem Bücherladen. Bei Lululemon habe ich mir die gehypten Wasserflaschen angeschaut. Aber nur angeschaut. Wie cute ist bitte dieser Bär? Mir wurde richtig warm, also habe ich mich mit den Dyson für ihn abgekühlt. Ein Bag. Die Stadt war mega voll. Jeder hat jetzt Ferien. Also logischerweise geht jetzt jeder shoppen. Und ich will aber nicht sofort anfangen zu lernen. Also machen wir erstmal ein Haar. Erstmal waren wir bei Sephora. Kaffee. So ein Zoll Dianero-Kit gekauft. Hier. Ich finde das einfach so cute. Das ist übrigens ein Ostengeschenk. Ich will jetzt nicht verraten, für wen. Dann waren wir noch bei Duplass. Da habe ich einfach so schöne Sachen gefunden. Ich muss für unbedingt mal einen Concealer kaufen. Also habe ich von Too Faced den Born This Way Concealer gekauft. Der ist übrigens in der Farbe Butternut. Und noch eine Augencreme. Da führt jetzt wirklich kein Weg mehr dran vorbei. Ich muss lernen. Und jetzt fangen wir an. Okay, ich werde jetzt erstmal anfangen mit Mathe zu lernen. Ignoriert, wie unheimlich das aussieht. Das ist dann übrigens meine Schultasche. Sieht nicht aus wie so ein Schulranzen. Aber da passt alles rein. Erst soll ich ja überlegen, ob ich einfach nur meine Coachtasche als Schulranzen nehmen soll. Aber nee. Mir ist ja eigentlich gefallen, ich muss noch meine Bücher und so mitnehmen. Und da passt eigentlich alles rein. Ich finde, die sieht voll cute aus. Sie ist übrigens von Urban. Wie gesagt, ich fange jetzt erstmal mit Mathe. Es sind noch ein paar Themen, die ich nicht wirklich verstehe. Wir machen gerade Prozentrechnung. Und ich verstehe die prozentuale Abnahme und Zunahme nicht wirklich. Ich bin so nervös. Oh mein Gott. Ich hatte ohne Witz so einen richtigen Metal Breakdown. Ich packe noch schnell meine Tasche und wir sehen uns morgen im Auto. So, wir sind jetzt im Auto. War es auch dabei? Ja, ich muss nur fahren. Und schaut mal. Die perfekte Kombi. Es regnet und wir haben Stau. Super. Ich lerne jetzt noch ein bisschen und Mama fragt mich dann gleich ab. Oh mein Gott. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Deutschzeug hier im Kofferraum ist. Deswegen lerne ich jetzt einfach Mathe. Sehr klar, was ich weiß. Ihr könnt schon sehen, ich war richtig feitig. Ich mache jetzt nur ein bisschen Wiederholung. Wir waren ja jetzt beim Starbucks. Ich habe mir eine heiße Jokolade geholt und noch einen Brownie. Das Navi will unbedingt mitreden. Ja. Okay, lass dir schmecken. Dankeschön. Wir sind jetzt da. Ich mag gleich eine Roomtour. Es sieht so cute aus. Aber wir haben mega Hunger. Also gehen wir erst mal einkaufen. Wir sind jetzt zurück. Wir haben richtig viel gekauft. Normalerweise bin ich kein Sushi-Band. Aber wir haben jetzt noch ein bisschen Sushi mitgenommen. Ich will es nämlich mal probieren. Und viel werde ich das heute nicht mehr machen. Ich habe hier schon alles hingestellt. Ich werde noch ein bisschen lernen. Und morgen mache ich dann die Roomtour. Ich bin nämlich so müde. Ich mache jetzt eine kurze Nährpause und schaue mal, wo wir die Sojasauce reinmachen. Ja, in ein Schüsselchen. Wir haben 15 Milliliter Soße und 200 Milliliter Schüsselchen. Ja. Ich habe jetzt so Spieße gekauft. Und dann haben wir noch so eine California Roll mit Lachs und Gäuser. Lecker. Du hast es noch nie gegessen, gell? Nee. Ich habe gehört, dass es süß sein soll. Also taste test. Also richtig gut. Ich mag es. Lass es dir schmecken. Ja auch. Ich esse das jetzt mit der Gabel. Mit Sojasauce. Du hast noch nie richtig Sushi so richtig, richtig gegessen, ne? Nee. Das ist mein erstes Mal. Ist also gut. Ich mag es. Was ich jetzt nicht falsch beantworte. Wenn jetzt morgen nur noch Sushi-Band. Das ist das einzige Essen, was ich jemals gebe. Würde ich nicht verhungern. Aber ich wäre nicht sehr fröhlich. Der Enthusiasmus hielt nicht lange. Also ich schmecke es einfach nicht meins. Ich meine, hätte ich die Option zwischen beispielsweise jetzt ein Hotdog und Sushi, würde ich lieber Hotdog essen. Es war aber gut. Es war sehr gut. Du bist eine kleine Schummlerin. Es war schön, aber nicht so schön. Also ich lerne hier gerade meine Vokabin und ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele, wo ich was anderes sagen würde. Hier steht City Slicker und das ist dann übersetzt Großstadt Snob. Vielleicht sagt man das in England, aber ich habe noch nie gehört, wie man City Slicker sagt. Oder Country Bomkin. Bomkin, das habe ich noch nie gehört. Übersetzt ist das dann Bauerntrempel. Und die muss ich dann halt lernen. Wenn ich was anderes aufschreibe, dann ist das halt falsch. Oder hier zum Beispiel Notice. Das wird als Notiz oder Anzeige übersetzt. Aber ich würde es jetzt eher als ein Verb nehmen. Das Verb ist ja auch richtig, aber die steht halt nicht so im Heft. Deswegen wird es dann falsch markiert. Und jetzt muss ich halt lernen, was die hören wollen. Super. Oh mein Gott. Ich muss dich erzählen. Sorry. Nein. Ich weiß. Ich bin traumatisiert. Ich dachte, es sind die Slicker, hätte ich traumatisiert. Ich mache jetzt noch ein bisschen Mathe und wir schauen Gini und Georgia. Ich habe riesengeschüttel gefunden. Ich nehme mir das Liste zu machen. Kommst du? Okay, ich mache mich jetzt fertig. Super. Immer, immer wenn ich was Wichtiges habe, kriege ich Pickel. Ich liebe meine Haut so sehr. Ja, ich mache jetzt meine Skincare und wir sind auf der Morgen. Hello, wir machen uns jetzt fertig. Gute Neuigkeiten. Mein Pickel ist schon fast weg. Das ist super. Wir machen mal kurz ein Outfit-Check. Die Sweatpants soll ich natürlich nicht anlassen, aber die sind fulli. Es ist richtig kalt. Ich dachte, das wäre jetzt T-Shirt-Bretter, aber egal. Und du hast dich hier auf meinem Nachttisch ausgebreitet, weil es hier einen Spiegel gibt. Ich brauche einen Spiegel. Ich brauche einen Spiegel. Und du setzt dir immer so Timer. Ja. Wenn ich unter Druck bin, dann setze ich mir mal einen Timer, damit ich so sehen kann, wie lange ich schon gebraucht habe. Funktioniert eigentlich. Ich packe jetzt meine Tasche und ich bleibe wirklich nur eine Stunde in der Schule, um meine Arbeit zu schreiben. Ich habe gestern auch so schlecht geschlafen. Wir müssen jetzt unbedingt los. Drückt mir die Daumen. Ich habe es geschafft und es war super einfach. Ich hatte so viel bedenken. I'm back. Ich habe mich umgezogen. Mir wurde nämlich ein bisschen warm. Und wir machen jetzt endlich eine Roomtour. Also, hier kommt man rein. Hier sind unsere Jacken und so. Da sind die Schuhe. Hier drüben ist die Küche. Man muss sich halt nur zu helfen wissen. Das ist unser Ringlicht. Das ist total cute hier. Okay, weiter geht's. Hier drüben ist ein Einzelner. Ich habe mich schon so ein bisschen ausgebreitet. Sieht richtig cute aus. Und ich habe sogar meinen eigenen Fernseher. Sehr schön. Den habe ich übrigens ausgestöpselt. Hast du gar nicht gemerkt, ne? Nee. Und hier ist dein Schrank. Mach mal auf. Tada. Hallo. Süß, ne? Richtig süß. Hier ist der Spiegel. Geil hoch. Und hier drüben ist mein Rastzimmer. Und hier schminke ich mich immer. Weil es in meinem Zimmer keinen Spiegel gibt. Und wenn ich mich schminke, brauche ich mir immer so einen Riesenspiegel. Und hier gibt es halt einen. Deswegen teilen wir uns das hier. Ja, das ist mein Bett. Und hier habe ich meine Sachen hingelegt. Hier drüben ist das Bad. Dann haben wir alle unsere Schimpfersachen. Auch schon richtig schön ausgebreitet. Dafür, dass wir erst eine Nacht da sind, ne? Und das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber da hinten ist noch eine Dusche. Ja. Es ist ein sehr kompaktes Bad, aber goldig und schön gemacht. Hier ist das Wurzimmer, wo wir Trash-TV schauen. Wir haben nämlich zu Hause nur Netflix, Disney Plus und so ein Zeugs. Und oh mein Gott, ich glaube, du hast das noch nie geguckt, gell? Nee. Richterin Barbara Selesch. Das ist meine Lieblingsserie. Ich liebe sie. Gewöhne dich nicht zu sehr dran. Gibt es bald nicht mehr. Dann schauen wir uns aber auf YouTube. Und das war auch schon alles. Ja, und jetzt muss ich weiter lernen. In 10 Minuten müssen wir noch los, weil es in der Schule so eine Veranstaltung gibt. Also musstest du nicht nur eine Stunde deinen Test schreiben, sondern nochmal zurück in die Schule. Asozial, wirklich. Hey, wie kommst du? Wir müssen los. Tja, so. Ich muss vielleicht ein bisschen beeilen. Ich bin so nervös, weil wir heute Mathe schreiben. Und ihr wisst ja, Mathe ist irgendwie das schönste Fahrrad. Ich packe hier gerade meinen Schulrucksack. Und ich werde mich dann nach der Schule mit Sophia treffen. Also drückt mir auf jeden Fall die Daumen und schreibt mir nochmal an die Kommis, ob ihr euch noch an Sophia gemacht habt. Ich war schnell mit dem Test fertig als Sophia. Also habe ich natürlich mit ihrem Handy ein paar wunderschöne Bilder gemacht. Hallo Leute, ich bin jetzt bei Sophia. Sag mal hallo. Hi. Hi. Wir werden jetzt so ein bisschen chillen. Wir wollen dann gleich noch so Eier filmen. Ja, und wir werden uns dann gleich wieder. So, wir sind jetzt unten in der Küche und wir probieren jetzt Schokobongs Crispy. Ja. Okay. Oh, ja. Ja. Du hast mein Ding verloren. Sophia ist Kinderding mit Papa gegangen. Leute, ein Bag. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ja noch so Eier angemalt und da gab es so Eier-Tattoo. Also haben wir uns damit so tätowiert. Sieht richtig cute aus. Das hat richtig viel Spaß gemacht und Mathe lief auch richtig gut. Da war nur eine Aufgabe, die so ein bisschen tricky war. Hab ja trotzdem noch hingekriegt. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin so müde. Ich bin gar nicht mal so spät, aber trotzdem fühle ich mich einfach so schlecht irgendwie. Okay, um mich ein bisschen mehr aufzuwecken, machen wir jetzt noch ein paar Eyepatches drauf. Und schreibt mir doch mal in den Kommentar, ob eure Schule irgendwas komisches macht. Ich liebe Eyepatches über alles. Immer wenn ich Zeit habe, bevor ich mich schminke, mache ich auch noch ein bisschen drauf. Einfach, um mich so ein bisschen besser zu fühlen. Okay, Leute. Ich glaube, ich werde mich jetzt verabschieden. Ich schreibe nämlich morgen noch Deutsch. Oh mein Gott, dafür muss ich auch noch ein bisschen lernen. Ich habe nämlich heute herausgefunden, dass Teil von dem Thema ich noch nicht verstehe, was ja super ist. Also muss ich euch noch ein bisschen mehr lernen. Sonst wird morgen nichts passieren. Wir gehen dann direkt nach der Schule wieder nach Hause. Also würde ich sagen, hat richtig viel Spaß gemacht mit euch zu filmen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dir lieben. Mua. Tschaui. Tschaui.